Moin Leute und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Ich bin der Wolfgang und ich werde euch ein bisschen mitnehmen auf meinen Outdoor Trips. Sei es heute beim Biken vom Westen in Graz über den Buchhoch rauf auf den Blauputsch oder auch mal im Ausland vielleicht auch mal ein Survival Trip beim Stand Up Paddeln oder auch mal auf dem Klettersteig. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaltet gerne ein, abonniert den Kanal. Dann gehen wir jetzt los auf die Biketour. Start haben wir hier beim Straßganger Bad. Das geht hier rauf, die Straße zum ersten Highlight der Tour, den Trail zum Buchhochgel. Es hat zwar nur zehn Grad, aber die ersten Lagen an Gekleidung fallen schon. Sobald ich oben bin, wird es wohl wieder besser werden. Erster größerer Zwischenstopp hier am Schauwest, am Buchhochgel hier rüben. Stücke ich jetzt noch hoch, dann habe ich einen Ausblick auf Graz. Hier erstmal einen Ausblick Richtung Spalkkogel und das schöne Gebirge im Westen von der Steiermark. Und was wäre ein Zwischenstopp ohne kleiner Snack? Kleinen Muffin habe ich mir auch gegönnt und dann geht es gleich wieder weiter. Weiter geht es zum Aussichtsturm oben am Buchhochgel. Der ist nur unweit weg vom Schauwest. Werde ich gleich mal erreichen. Es ist etwas windig, aber bei den Temperaturen durchaus angenehm. Hier oben am Buchhochgel, hinter mir ein schönes Jausenplätzchen. Das werde ich aber nicht verwenden. Erstmal St. Johann und Paul. Hier hinten hoch geht es noch kurz, aber dann genieße ich die Aussicht. Ein richtiges Träumchen hier oben. Der 10 Grad Sonnenschein. Etwas Wind optimal für einen kleinen Ausflug hier rund um Graz. Erster Vorgeschmack auf dem Trail später. Runter geht es ja den Nightrider, aber davor habe ich noch ein, zwei Zwischenstops und eine längere Strecke rüber zum Plaputsch. Aber wie es aussieht, etwas feucht die Strecke, aber schön fahrbar. Das war noch einen leichteren Weg zum St. Johann und Paul. Aber ich nehme hier den harten Wanderweg. Ein bisschen runter. Soll etwas Spaß machen. Heute zum Glück keine Wanderer unterwegs. Da kann man das schon mal machen. Den Wanderweg runter. Eher etwas schnell. Aber doch schön fahrbar. Jetzt geht es weiter rüber. Die kann ich zwar schön laufen lassen, aber dafür fliegt mir der Dreck hier um die Ohren. Die letzten Meter bis St. Johann und Paul. Die Wallfaltskirche hier oben. Hier gibt es wieder einen kleinen Snack. Ziel ist hier oben. Aber der Ausflug ist hinten. Hier oben gibt es ein richtig schönes Bankel. Hier hinter mir zum Ausruhen. Auch was es hier auch gibt. Den Ausflug auf die Tour. Hier hinten sehen wir schon den Plaputsch. Bis dorthin geht es. Von dort geht es dann zurück. Da sehen wir vielleicht irgendwo so einen weißen Wasserturm. Dort wird ca. umgezogen für den Nightrider Trail, wo es dann runter geht. Dazwischen gibt es noch einen Stopp. Und zwar direkt beim Wasserturm. Und oben beim Fürstenstand gibt es dann noch eine kleine Jause, bevor es dann wieder runter geht ins Tal. Aber jetzt genießen wir mal hier die Aussicht. Mittlerweile ist das Bike auch schon etwas zugedrängt. Man sieht es hier hinten. Aber die Bremsen und die Schaltung ist noch alles schmutzfrei. Deswegen kein Problem. Gehen wir so weiter. Das gibt es dort. Ich befinde Tahir рассchuhe C��� of Schasen. Das ist wieder besser. Also später vitamin D1, einfach nur einость wider Bremsen und es das ist eigentlich Hotel. Les belasteten slope ineinander. Wir kommen schon langsam ins Trailgebiet. Auf der rüberen Seite des Bergs haben wir den Schau-West, der ist jetzt rechts von der Straße, geht halt durch den Wald hier runter, den kann man auch runter verlängern bis zum Nightrider rüber. Den kann man über so eine Feldstraße rüber und grün beim UKH runter. Heute will ich gleich direkt oben in den Nightrider rein und beim UKH unten aussteigen. Aber zuerst haben wir noch ein paar Höhenmeter zu machen. Die Sonne ballert heute richtig rein, bin aber überlegen, ob ich nur mit T-Shirt drauf fahre. Ich schwitze von oben bis unten, allerdings hat es nur 10 Grad, das ist gerade grenzwertig. Ihr seht es glaube ich am Bildesrand, das ist die Lüftung vom Plaputstundl. Eine der beiden hier unten, das heißt es ist nicht mehr lange bis wir es geschafft haben. Das ist ein Umziehtplatz für die Trails, entweder hier links oder etwa so 10 Meter weiter oben. Da kann man sich gut umziehen für die dauerliche Strecke, aber für mich geht es auch noch auf den Plaputsch. Rechts ist schon der Einstich zum Nightrider, den komme ich dann später zurück. Man sieht schon, die Sonne geht schon langsam unter. Ich glaube ich habe noch so zwei Stunden bis die Sonne ganz weg ist. Bis dorthin will ich zurück sein, habe dann nach dem Trail noch ca. 30 Minuten Fahrt zurück. Aber jetzt einmal rauf auf den Plaputsch, oben schnell ein bisschen Jause am letzten Gipfel angekommen. Leider haben wir hier eine Baustelle, wo hier der Fürstenstand renoviert wird. Und ich hoffe, ich bin trotzdem ein kleines Platz für Aussicht und Jause. Ich schätze mal hier gleich rechts, sieht es doch ganz gut aus. Jetzt geht es zu einem richtig geilen Jause. Meine Empfehlung für euch. Erstmal ein Brot, da drauf dann eine Scheibe Käse. Und jetzt das Wichtigste, richtig geiler Esra Gonsens. Das ist mein Rezept des Tages für euch heute. Und dann, bon Appetit. Die letzte Abfahrt heute. Hier hinten seht ihr schon Einstieg zum Knight Rider. Jetzt geht es jetzt runter. Ich nehme euch natürlich mit auf dem Stück. Danach gibt es noch eine kurze Tourzusammenfassung. Und wenn ihr meinen nächsten Ausflug nicht verpassen wollt, vergesst nicht, abonniert den Kanal, liked das Video. Auf das nächste Launch quadrieren wir hier. Und dann müssen wir noch ein neues Befest fornommen. Und dann, wir drehen wir jetzt hier unter den Kanal. Die Ihre Ausflug nicht leer sind, denn die Ausflug nicht im Lift, aber alles nur gefühlt ist. Die Kinder sind also in der Orwache, in der Europäule. Da sind wir wieder nichts zum Stehen. Was hier runter ist. Raus. Alleine Haftalz. Das ist dann geil zum Fahrrad. Das ist dann geil zum Fahrrad. Kurz noch die Tourzusammenfassung. Hier unten bin ich gerade runtergekommen. Um die 45 Kilometer sind es heute geworden. Mit An- und Abreise. Die Tour selbst um die 30 Kilometer Höhenmeter. Ich blende es euch unten ein. Ich kann es jetzt aktuell nicht nachschauen. Aber dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei der nächsten Tour. Ausfahrt, Klettersteig oder was auch immer. Ciao.